Die wichtigsten Zahlen in der Mathematik sind die Zahlen 1, 2 und 4. Die Vielfalt der Kombinationsmöglichkeiten dieser Zahlen und ihr ständiges Wiederkehren in allen mathematischen Zahlenverkettungen hat die menschliche Kultur nicht nur im naturwissenschaftlichen Bereich geprägt. Die Menschen fürchten uns, weil wir so unberechenbar sind. Aber wir sind doch so gut teilbar. Das ist doch gerade das Unberechenbare. Ich schlafe schlecht. Es ist der Rücken und das, wo ich eine gerade Zahl bin. Ich bin in allem mindestens einmal enthalten. Das stört uns nicht. Solange wir unsere Ruhe haben. Wer zuerst am Ziel ist, gewinnt. 1, 2, 4 und los. Die Menschen sind manchmal sehr irrational. Ich halte nichts von leichtfertiger Rechnerei. Man vertut sich leicht und dann endet man als Dezimalbruch. Irgendwie war es schon von vornherein klar, dass du gewinnst, 1. Rein körperlich gesehen ist die Zahl 1 doppelt so groß wie die Zahl 2. Wie groß ist die Zahl 4, wenn 1 und 2 die halbe Körpergröße von 4 haben? Das ist das Wettbewerb. Corona-Den근 eventuell. Das ist das Wettbewerb. Das ist das Wettbewerb. Wie groß ist die Zahl 2, 1-2. Was ist das Wettbewerb. Das ist das Wettbewerb. Das ist das Wettbewerb. Das ist das Wettbewerb. Wir sind eine richtige Fußballmannschaft. Die 4 steht im Tor. Falsch, ich bin das Tor. Also abgemacht. Ab heute sind Sie die 4 und ich die 1. Das ist eine gute Abmachung. Nur wird sich niemand daran halten. Sie stehen im Halteverbot. Das kostet Sie eine 2. Die 2 ist meine Lieblingszahl. Die gebe ich niemals her. Ist es wahr, dass ich Ihre Lieblingszahl bin? Ja, aber nur im politischen Sinne. Welche ist Ihre liebste Zahl? Das sage ich nicht. Ich kann nämlich nur bis 3 zählen. Meine liebste Zahl ist die 124. Was soll das heißen? Keine Ahnung. Hab ich nie gehört. Ich kann das nicht. Ich kann mich nicht hierän. Vielen Dank.